Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem kurzen Video. Heute zeige ich euch, wie man ganz einfach seine Kopfbügel von seinem Beats Studio 2 oder 3 selber reparieren kann. Die Vorteile sind klar, der Umwelt tut es gut, wenn man nicht immer alles wegwirft und euer Geldbeutel freut sich auch. Hier kann man jetzt gut erkennen, dass der Bügel direkt am Scharnier gebrochen ist. Diese Stelle ist fast schon typisch für Beschädigungen, die durch Herunterfallen oder durch starkes Verwinden entstehen können. Den neuen Kopfbügel habe ich bei Amazon gekauft. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Dieser Kopfbügel ist aber kein Originaler von Beats, sondern von einem Drittanbieter. Im direkten Vergleich kann ich kaum Unterschiede erkennen. Eventuell ist der Beats Schriftzug ein bisschen dunkler als beim Originalen. Ein T5 Schraubendreher und vier neue Schrauben sind im Lieferumfang auch schon dabei. Was will man mehr? Für diejenigen, die in ihren Beats die Ohrpolster wechseln möchten, oben in der Infobox findet ihr das richtige Video dazu. Nun kann es mit der Reparatur auch schon losgehen. Als erstes drehen wir die Schrauben an den Scharnieren aus. Zwei Schrauben links und zwei Schrauben rechts. Womöglich müssen die restlichen Kunststoffteile des kaputten Bügels auf der defekten Seite entfernt werden. Wenn dies erledigt ist, hebelt man das Polster vorsichtig vom Kopfbügel ab. Wenn der Anfang erst einmal geschafft ist, geht der Rest ganz leicht. Danach kann das Polster zur Seite gelegt werden. Hier kann man noch einmal die kaputte Seite des Kopfbandes erkennen. Bevor man mit der Montage des neuen Bügels beginnt, ist es ratsam sich die Kopfhörer richtig zu positionieren. Ihr solltet darauf achten, dass die linke Ohrmuschel links und die rechte Ohrmuschel rechts vor euch liegt. Nun nehmt ihr euren Kopfbügel zur Hand und dreht ihn so, dass ihr den Biet-Schriftzug gut lesen könnt. Im liegenden Zustand wird der Bügel in beide Scharniere eingesteckt und das Breitbandkabel in die Nut auf der Innenseite des Bügels positioniert. Jetzt nehmt ihr euer Polster und vermittelt es gleichmäßig, sodass links und rechts der gleiche Abstand zu den Scharnieren entsteht. In diesem Zustand schaut das Polster noch leicht über, aber das wird sich gleich ändern. Nun könnte es ein bisschen fummelig werden. Das Polster auf beiden Seiten des Kopfbügels drücken, bis es klickt. Und das macht ihr so lange, bis das Polster auf beiden Seiten des Kopfbügels komplett eingedrückt ist und nicht mehr übersteht. Bei mir hat es ein bisschen gedauert. Bei diesem Arbeitsschritt solltet ihr immer auf das Breitbandkabel achten, nicht dass es sich einmal verdreht. Wenn alles soweit sitzt, klappt ihr den Kopfhörer vorsichtig nach unten, genau so weit, dass ihr das Breitbandkabel erkennen könnt. Die zwei kleinen Gummilippen müssen über das Breitbandkabel geschoben werden. Danach kann das Scharnier wieder auf den Bügel gesteckt und angeschraubt werden. Diesen Vorgang auf der anderen Seite wiederholen. Wenn der Funktionstest bestanden wurde und ihr soweit zufrieden seid, habt ihr es auch schon geschafft. So Leute, das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Zusehen und bis zum nächsten Mal.